Der schöne Pfau Der schöne Pfau geht dieses Jahr an Jürgen Baumann. Er, der in seiner Kunst nicht aufhört zu suchen und Räume schafft, die zwar eingrenzen, aber doch nicht ganz abgeschlossen sind. Der uns in die Tiefe zieht und neue Gedankengänge formen lässt, verbindet und zusammenklebt. Seine Hülle, Gestalten und Portale sind surreal und trotzdem an der Natur angelehnt und er nimmt uns als Betrachtende mit an den schwer verortbaren Zustand zwischen dem Begreifen und der Unfassbarkeit und macht das mit ganz viel Herzblut und Engagement. Hoffentlich noch ganz, ganz lange. Wir sind hier, um dir eine goldige Feder überreichen. Und ja, die Jury hat sich für dich entschieden. Und Kinder, dass du den Preis verdient hast. Und wir wollen in diesem Sinne ganz fest Danke sagen. Hey, uh, crazy. Danke vielmals. Ah, nicht, dass du das überheben. Wir sehen jetzt auch, dass es strahlen nicht, aber auch ein Strahl. Ja, aber strahlen wirklich. Hey, ja, danke vielmals. Das ist natürlich recht ihr. Und dass wir, ja, dass das geschätzt wird. Schön. Merci vielmals. Sehr, das ist gerne. Und nicht alles nur verstärbt. Nein, wir sehen uns, wir nehmen es wahr.